Herzlich Willkommen und Servus zur neunten Episode unserer Eintracht Frankfurt Karriere. Wie wir euch versprochen haben, starten wir direkt mit dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München. Ja, wir sind immer noch in Topform aus letzter Folge. Wir gehen direkt in die Partie rein und schauen, was geht. Ich habe letztes Mal, als ich es versprochen habe, gelogen, dass wir in der Allianz Arena spielen. Wir spielen natürlich zu Hause im Deutsche Bankpark. Das Eröffnungsspiel bei den Bayern war natürlich in der Allianz Arena. Ihr seht schon wieder die schöne Choreo von unseren Fans. Die Münchner in den Auswärtstrikots mit Ravi Martinez als Kapitän. Also FIFA, Dankeschön. Hier seht ihr es. Die Jungs müssen wir heute stolz machen. Einen guten Kampf leisten gegen Bayern München. Die sind natürlich auch müde. Englische Woche gehabt. Genauso wie wir. Wir haben natürlich clever rotiert. Obwohl clever rotiert und dann verloren ist natürlich gut gesagt. Wir haben versucht clever zu rotieren, um jetzt unsere beste Mannschaft auf dem Feld zu haben. Auf Lucien Favre angelehnt. Und wir gehen mit folgender Aufstellung in die Partie. Kevin Trapp noch im Tor. Dann ein dicker Hinteregger und Almani Touré. Unser Fünfer-Mittelfeld mit den Außen auf Kostic und der Costa. Und Silva und Dost vorne drin. Heute wird also auf jeden Fall Tempo-Fußball gespielt. Und die Bayern mit Neuer im Tor. Dann der Viererkette aus Robertson, Süle, Martinez und Pavard. Davor Kimmich und Busquets. Gnabry, Cabret und Leroy Sané. Und vorne drin wie gewohnt Robert Lewandowski. Ja, ich denke, es wird relativ schwer zu pressen gegen die Jungs mit Kimmich und Busquets auf der Doppel-Sex. Das scheint so zu sein, ja. Wir haben uns einen Bus gemietet, den parken wir jetzt hinten drin. Und hoffen, dass wir hier irgendwas mitnehmen können gegen die Münchner. Und die Bayern kommen hier über Lewandowski. Der in die Mitte legt auf Sergio Busquets vielleicht oder Cabret. Ich weiß es nicht. Nummer 16. Sergio Busquets in alter Stürmer-Manier. Ich glaube, der ist beim Anstoß schon losgelaufen in Richtung Strafraum und ist jetzt erst angekommen. Aber alles richtig gemacht, würde ich sagen. Dass der uns eine Bude knackt. Scheiße, da hat er schon nicht richtig. Boah, da hinten. Da ist er noch losgelaufen. Das zeigt er auch den Laufweg an. Spielt ihn eigentlich direkt in die Mitte, weil er kann halt auch einfach nicht schießen. Aber Kevin Trapp kann leider trotzdem nichts machen aus der Distanz. Knickt noch leicht um hier. Kimmich mit einem überragenden Ball in die Tiefe. Und als ich gesagt habe, wir sehen uns gleich, meine ich natürlich beim 2.0 vom FC Bayern. Hier trifft jetzt Ronaldo Cabret, wer auch immer das sein soll. Hat nicht mal ein Gesicht gehabt. Aber für uns heißt es jetzt Gesicht bewahren und nicht hier unter die Räder zu kommen. Hier seht ihr nochmal Kimmich mit einem. Krassen Ball, wirklich. Wahnsinnsball trifft es ganz gut. Und Trapp mal wieder ohne Chance. Oh, liebe Gedächtnisblatt. Das warst du, ne? Ja klar, aber was soll ich denn machen? Ja, ihr seht unsere Verzweiflung. Der Ball kommt irgendwie zu uns im Strafraum. Wir können leider nicht so viel damit anstellen. Und Ronaldo Cabret macht hier das 3.0 kurz nach seinem 2.0. Ich meine, ihr seht hier, da zieht Sergio Busquets einfach ab. Und ja, unser Arbeitsspieler fällt zwar den Ball ab, kann ihn aber überhaupt nicht kontrollieren. Legt ihn dann Cabret mustergültig vor. Und er macht hier seinen Doppelpack vor der Halbzeit. Wir sind 3.0 hinten und wissen eigentlich auch gar nicht mehr, was wir eigentlich groß machen sollen. Ja, jetzt wissen wir auch mal, wie sich so die Bundesligamannschaften fühlen, wenn sie gegen Bayern München spielen müssen. Wir liegen hier 3.0 zur Halbzeit zurück und wissen eigentlich gar nicht, was wir genau machen sollen. Also, das geht schneller, wie man denkt. Und läuft für uns absolut miserabel. Die letzte Folge war ja schon nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Und hier geht es gerade so weiter. Schade. Ja, in der Halbzeit bringen wir Pellegrini für Danny da Costa und Dost geht auf die Bank. Dafür kommt Ragnar Ache rein. Dost bewegt sich in letzter Zeit eher wie ein LKW anstatt wie ein Fußballspieler. Und ist einfach unspielbar. Ich glaube, der hat inzwischen nur noch 41 Tempo oder irgend sowas in die Richtung. Und ich meine, gegen den Computer ist Tempo jetzt nicht unbedingt alles, aber es hilft halt schon. Weil wenn man nicht mal geradeaus laufen kann und kein Sprintduell gegen Javi Martinez gewinnt, dann ist es halt einfach ein bisschen schwierig damit zu spielen. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt für Ragnar Ache entschieden. Der hier auch direkt in Szene gesetzt werden möchte von Pellegrini. Der kommt noch mal schön mit. Kann er hier das Tor machen? Nein, Neuer wieder mit einer absoluten Glanzparade. Die Dinger gehen eigentlich sonst immer rein, aber nicht gegen Manuel Neuer. Und Bayern hier nochmal. Ronaldo Cabrera macht hier sein drittes Ding. Wer auch immer der Junge ist. Müssen wir danach auf jeden Fall mal scouten. Ja, 4 zu 0 für die Münchner. Wir sehen hier eigentlich gar kein Land mehr. Also uns steht das Wasser wirklich über der Oberlippe. Und kommt auch kurz mit der Nase kurz. Immer wieder so ein kleiner Tropfen rein. Ja, genau. So sieht es nämlich bei uns gerade aus. Cabrera. Ja, wir haben uns endlich mal eine Chance rausgespielt. Sind dann an Manuel Neuer gescheitert. Ja, wir spielen uns hier eine Chance raus. Und Bayern verwandelt sie. Genau. So läuft das eben gegen die Münchner. Ja, der Bus ist endgültig weg. Lewandowski hier mit dem Konter ist zum Glück nicht mehr ganz so frisch. Von dem Spiel unter der Woche. Und dann können wir mal eine Chance der Bayern klären. Also für das Erste. Ich weiß immer, wir sind jetzt zwar an der Mittellinie, aber ich weiß immer noch nicht, ob wir die Chance geklärt haben. Ja, Ache, Ache, hier. Komm schon. Das könnte es sein. Geht hier durch. Legt in die Mitte. Und andere Silber. Macht hier noch das Tor. Jubelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Bisschen Ergebniskosmetik, würde Frank Buschmann jetzt sagen. Genau. Und ja, es tut uns leid, dass wir jubeln. Aber es ist so ein Glücksgefühl, heute mal ein Tor zu schießen. Das war so. Das war richtig. Wirklich. Auch wenn es quergelegt war vor dem Tor und wir eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben müssten. Es ist einfach was Schönes gerade passiert. Wir geben uns noch Mühe, dass wir es vielleicht noch ein bisschen respektabel machen können in das Ergebnis. Aber für das Erste sind wir mal ganz froh, dass wir schon Silber das elfteste Sorto hier markieren konnten. Ja, man sieht, dass wir abgeschossen werden, weil Choupo Moutinho jetzt im Spiel ist. Und Ronaldo Cabrèl kann hier sein viertes Tor machen. Aber für das Erste davon abgehalten. Man kriegt aber natürlich den Abprall, weil wie soll es auch sonst sein? Wir kriegen hier eine 1 zu 5 Packung gegen den Rekordmeister. Wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Eigentlich müsste er hinter Eggers Bein im Weg gewesen sein. Das müssen wir nicht angucken. Genau, weil er einfach sauer ist. Ich kann es verstehen. Ronaldo Cabrèl hatte vor dem Spiel ein Saison und hat jetzt 5. So, Ragnar. Zeig mal, was du hier drauf hast. Gegen Robertson ist natürlich schwer. Schön den Ball gestoppt, in die Mitte gelegt. Und da ist doch das 2 zu 5. Geht hier nochmal was? Zwei Minuten vor Schluss? Silber nimmt auf jeden Fall mal die Pille mit, falls noch genug Zeit da wäre. Aber, ja, you never know. Man kann es ihm nicht übel nehmen. Oh, guck mal, wie schön er hier den Ball hat. Upa. Zack. Also aus Verzweiflung in der ersten Halbzeit, wo es hier eigentlich so ein bisschen so ein Joker-Feeling ist. Geil ein Humor. Ja, es ist eigentlich nur noch lustig hier. Wir werden komplett auseinandergeschaut. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran an der Vorstellung von Bayern und an unserer Vorstellung sowieso. Ja. Silber sogar halb so viele Tore wie Ronaldo Cabrèl. Eben, also gar nicht so schlecht. Schnelle Balleroberung. Jetzt geht es leider mal rund hier. Martin hinterher kann jetzt vielleicht nochmal mit nach vorne nach was tun. Was auch immer der Satz gerade war. Bringt hier den Ball zu Kamala. Sein Schuss wird aber gehalten. Und Silber haut das Ding hier nochmal. Der Junge hat Bock. Hätten wir heute so elf André Silvers, dann wäre das hier was geworden. Aber so wird leider nicht. Ja. Wir verlieren hier 2 zu 5. Ronaldo Cabrèl holt sich zurecht den Ball ab. Fünfmal aufs Tor geschossen. Fieber ging die Pille auch rein. Ja, wer der junge Mann ist, das seht ihr später. Ja, und ihr seht es hier. Ein 29 Jahre alter Ronaldo Cabrèl hat hier seine Coming-out-Party in der Bundesliga gefeiert gegen uns. Auf unsere Kosten hier ein Vierer-Pack gemacht. Ihr seht es hier, 29 Jahre alt, ein 83er. Ziemlich gute Werde. 90er Antritt, 87er Sprintgeschwindigkeit, 86er Beweglichkeit. Hier 85er Dribbling noch. Keine Ahnung, wo der herkommt. Wenn ihr den Film am Karriere-Modus gesehen habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, und hier kommt jetzt pünktlich nach dem Bayern-Spiel der 1. FC Köln zu uns ins Stadion. Die haben wir in der Hinrunde komplett auseinandergeschraubt mit 6 Toren in der ersten Halbzeit. Das Spiel gehen wir jetzt wie noch in die Schnell-Simulation mit unserer Top-11. Alles bleibt beim Alten und wir hoffen auch, dass wir die Mannschaft vom Dom schlagen können. Und die Kölner Abwehr ist schon wieder ziemlich löchrig unterwegs. Wir machen 5 Tore hier. Silva trifft, Saraccio trifft. Saraccio trifft 2 Mal sogar. Kostic hat noch eine Bude gemacht. Und hinter Egger in der zweiten Minute eröffnet den Torreigen. AJ Morales trifft hier für Köln noch doppelt. Aber das hat natürlich nicht gelangt, wenn du hinten 5 Finger kassierst. Ja, ihr habt es in den letzten selbstgespielten Spielen schon gesehen, dass wir relativ unzufrieden sind mit Bastianu Dostaldo. Auch wenn er einfach eine Legende ist. Aber der Junge bewegt sich halt wie so ein LKW. Und da ist uns die brillante Idee gekommen, dass wir vielleicht nicht mal so einen Luka Joric auf die Scout-Liste packen. Ex-Frankfurter würde perfekt passen. Wir müssen halt nur schauen, wie teuer der junge Mann sein wird im nächsten Sommer. Und dann melden wir uns in 18 Tagen nochmal, wenn Luka Joric gescoutet ist. Und hier sind wir schon beim Leverkusen-Spiel. Leverkusen ist gerade 5. Er ist uns also dicht auf den Fersen. Wir sind auf den 4. Platz abgerutscht nach der Niederlage gegen Bayern. Auch wenn wir gegen Köln natürlich wieder in die Spur gefunden haben. Wir spielen das Spiel jetzt nochmal wie gegen Bremen durch. Und zeigen euch am Ende die Tore. Ja, hier seht ihr auch schon die Choreo im Deutsche Bankpark. Es regnet mal wieder, aber hoffentlich keine Gegentore. Wir spielen hier gegen Cedric Bacambu und die Leverkusener. Cedric Bacambu mit 17 Buhen hat er schon geknallt die Saison. Auf dem 3. Platz der Torjägerliste. Andres Silva hat natürlich 12 Tore, ist unser bester Torschütze. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Dritter der Bundesliga, 17 Tore. Aber Matias Saraccio kann mit zwei Toren im besten Spiel ordentlich dagegenhalten. Selku Keuta kam für Bastiano Dostaldo in die Partie. Ansonsten spielen wir unverändert. Leverkusen spielt dem 4-3-3 dagegen. Wir sehen uns, falls Tore fallen. Ja, kleiner Zwischenfall hier, wo wir nochmal einschreiten werden. Wir wollten das Spiel schnell machen und dann passiert es hier. Almani Tore geht zu Boden, hält sich das Knie. Das Spiel stockt automatisch. Heißt, es ist was Schlimmes. Sieht nach Kreuzmann das aus. Ja, wir haben euch einiges zu erzählen. Ihr seht hier schon das erste von zwei Frankfurter Toren. Daichi Kamala wird hier von Saraccio in den Lauf geschickt. Setzt sich im Sprintduell durch und schließt dann mit links eiskalt ins rechte Eck ab. Lässt unserem Ex-Keeper da gar keine Chance. Lukas Radetzky hütet das Tor von Leverkusen vergebens. Genauso wenig kann er hier bei Andres Silvas Tor machen. Saraccio geht hier bis zur Grundlinie durch. Flankt in die Mitte und Silva setzt sich überragend gegen zwei Leverkusener Verteidiger durch. Steigt hier hoch. Man sieht es nochmal gegen seine Laufrichtung. Köpft er hier. Keine Chance für Radetzky. Nochmal 2 zu 0 waren wir in Führung. Doch dann kam der drittbeste Torjäger der Bundesliga mit Cedric Bakambu und tunnelt hier Martin Hinteregger. Lässt von der 16er Kante Kevin Trapp keine Abwehrchance. Er kommt noch raus, versucht den Winkel zu verkleinern und hier sieht man es. Hinteregger läuft völlig vorbei, wird noch getunnelt, düppiert von Bakambu 2 zu 1. Und dann kam es, wie es in letzter Zeit kommen muss. Guckt euch es einfach an. Ein Seitfalzier von dem über Landet am Pfosten schick reagiert schneller als unsere ganze Hintermannschaft und netzt ins leere Tor ein. Hier sieht man es nochmal. Also FIFA doing FIFA things. Unser Lauf geht einfach weiter nach hinten. Wir haben eine 2 zu 0 Führung verspielt. 2 zu 2 ging es am Ende aus. Aber es hätte durchaus noch schlimmer kommen können. Ihr seht es hier, Kevin Trapp mit unfassbaren 7 Paraden. Und 2 Paraden waren sogar 2 Elfmeter für die Leverkusener, welche der Elfmeter-Boss natürlich halten konnte. Ihr habt mich damals in der ersten Folge, glaube ich, war es schön belächelt. Aber inzwischen zahle ich es zurück. 2 Elfmeter gehalten, einmal in der ersten Hälfte und dann einmal in der, welchen Minute war es? 90 plus 2, glaube ich. Ja genau, ganz unglücklicher Elfmeter. Wir haben keine Eingabe gegeben. Melton Knight sieht dafür auch noch die rote Karte. Unfassbar, was der Schiedsrichter da schon wieder gemacht hat. Ja, aber den Elfmeter konnte ich dann trotzdem noch halten. Und hier seht ihr nochmal, Ainsley Melton Knight's rote Karte. Heißt natürlich, dass er ein Spiel verpassen wird. Länger dauert es bei Almani Touré. Der hat sich die Schulter ausgegoogelt, nachdem ihm Baileys Knie durchgetreten hat. Also macht auf jeden Fall Sinn. Fällt 2 Monate aus, ist natürlich besser als ein Kreuzbandriss. Die 2 Monate können wir bestimmt auf ihn verzichten. Dafür haben wir noch genug Innenverteidiger im Kader, jung und alt, die seine Position erstmal einnehmen. Und dann hoffen wir, dass er die 3 Monate... Überhaupt die Saison nochmal auf den Platz stehen kann. Genau. Und dann sind wir auch schon bei der Jugendabteilung. Und zwar möchte Benedikt Weiß gerne seinen Vertrag auflösen und in die erste Mannschaft übernommen werden. Er ist da auch ziemlich hartnäckig. Also er hat in 2 Tagen einfach mal 2 E-Mails geschrieben. Wir konnten gar nicht so schnell auf unseren E-Mail-Verteiler gehen. So schnell hat er sich schon nochmal gemeldet. Freut uns natürlich, aber dass er da so Bock drauf hat. Ihn nehmen wir jetzt direkt natürlich mit. Er ist einer der Stars in unserer Jugendabteilung. Kann auf jeden Fall jetzt auch schon eingesetzt werden. Und dann befördern wir ihn doch mal zum Profi. Und hier haben wir ihn auch schon in der Mannschaft. RM und Z-M kann er spielen. 78er Tempo, 64 schießen, 68 passen, 70 Dribbling, 41 Defensive, 54 Füßes, 3 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, Linksfuß, hoch-niedrig-Arbeitsraten, 1,74. Das ist der Mann. Hier sehen wir auch nochmal seine Stats ausführlicher. Und ich denke, er kann sich im nächsten Spiel direkt mal für höhere Aufgaben empfehlen, weil ja Madeleine Ice noch rot gesperrt ist. Also kriegt er da bestimmt seine ein oder andere Einsatzminute. Herzlich Willkommen im Deutsche Bankpark gegen Borussia München-Gladbach, dem Tabellenzweiten. Die Mannschaften laufen ein. Ein ganz wichtiges Spiel hier für uns und für die Gladbacher, um sich hier bei den europäischen Plätzen zu behaupten. Denn wie Hendrik schon angesprochen hat, kommt Benedikt Weiss zu seinen ersten Bundesliga-Minuten da von Anfang an ran. Der quasi Robben-Region, der aber kein Region ist. Hier sieht man ihn im Bild. Mal sehen, was der so drauf hat. Und wir gehen mit folgender Mannschaft in die Partie. Kevin trapp im Tor, davor Endika, Hinteregger und Gerd Rueda, der für den verletzten Touré reinkommt. Damit Kossic, Khoa, Zarracho, dem angesprochenen Weiss und Kamada. Da vorne Kuita und André Silva. Die Borussia aus München-Gladbach geht mit Sommer in die Partie. Davor Benzobaini mit Scher, Janschke und Leina. Auf der Doppel-Sechs Neuhaus und Benisch. Ganz wild. Davor hat Thuram Lodero und ganz vorne drin Embolo. Lazaro auf der rechten Seite noch, den hat ich vergessen. Und dann gehen wir schon in die Partie. Wir können uns jetzt ein bisschen entlasten nach anfänglichem Druck von der Mönchengladbach über die linke Seite. Aber Toni Janschke geht ins wichtige Bodenduell. Hat irgendwo noch ein paar kmh gefunden in seinen alten Jahren. Und rechter Gegenschlag hier über Embolo. Alte Karriere-Modus-Legende. Kriegt ja auch den Ball durchgesteckt, aber Trapp kommt überragend raus. Macht sich groß und hält den Ball fürs Erste. Embolo, der auch nicht für seinen guten Abschluss bekannt. Stimmt. Ist hier direkt wieder am Ball. Den können wir auch eigentlich alleine freistehen lassen. Aber dafür wenig war es, glaube ich. Und also Gladbach hier auf jeden Fall schon gut in der Partie. Saraccio auch, so wie er hier die Seite entlang läuft. Macht jetzt erstmal einen guten Meter, warte da oben. Kommt vielleicht sogar Kostic. Kamada ist es und packt da einen richtig geilen Schuss aus. Auf Zimmermann angelehnt. Zimmer das Ding oben ins rechte Eck. Hier seht ihr es nochmal. Überragend in den Rückraum gelegt. Silber Kreuz. Die Janschke läuft am Ball vorbei. Und Kamada haut das Ding unter die Latte. Wie der an Janschke vorbeigeht? Durch die Hosenträger. Achso. Und wirklich, also ihr habt es gesehen. Der ist, mehr Winkel geht da gar nicht. Ich sage mal so, 1-0 in Führung zu gehen, ist schon besser als nicht 1-0 in Führung zu gehen. Aber hat uns jetzt in den letzten Spielen auch nicht so viel groß umverhäuft. So, ne? Ach, äh. Was? Hä? Ach, alter, Kevin. Rächtiger Kevin-Moment von Kevin drauf. Es tut mir leid, aber... Da will ich jetzt auf jeden Fall die Wiederholung sehen. Und ich denke, ihr auch. Ich glaube, wir lassen dieses Geschrei von uns oder gestöhne, was auch immer, lassen wir einfach mal drin. Er hat doch den Ball. Was macht er da? Was ist das denn? Was macht er da? Ja. Ja, und dann steht es auch wieder ganz schnell 1-1. Das kennen wir auch bereits. Jetzt, also jetzt nichts Neues für uns. Vielleicht können wir ja mit der Situation hier besser umgehen als in den letzten Spielen. Gladbach jetzt mit einem gefährlichen Freistoß hier. Aber wir können es im ersten Mal klären. Und nehmen den Ball jetzt mal mit nach vorne. Silva sieht schon, dass Keuter hier hinter die Abwehr läuft. Der legt den Ball auch vor, kann abschließen mit seinem starken linken Fuß und trifft leider nur Alu. Was auch sonst. Auch hier aber geiler Ball von Khor. Hoffentlich kein Abseits der Schiri. Zeigt zum Punkt, das Tor zählt. Überragend gesehen von Dominic Khor. Silva macht da einen richtig guten Weg. Im Rücken der Abwehr schleicht er sich davon. Steht frei am Elfmeterpunkt, kriegt den Ball. Da haben die alten Herren in der Gladbacher, glaube ich, auch ein bisschen geschlafen, wie man hier sieht. Ja, genau. Kommen da alle zu spät. Ganz einfache Aufgabe für André Silber. Und da haben wir die Führung wieder zurückerobert. Ich glaube, das war es jetzt für die erste Halbzeit. Ja, das war es. 2 zu 1 ist der Halbzeitstand. Wir führen, nachdem wir den Ausgleich schon wieder kassiert haben. Und geben uns jetzt natürlich Mühe, dass wir diesmal nicht schon wieder den Ausgleich kassieren. Kevin Trapp kommt hier wieder raus. Hält ihn wieder überragend. Forciert den zweiten Lupfer und wieder auf der Linie mit Jadrida. Das Spiel ist völlig wild. Also ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wie wir es kommentieren. Also hier brennt es lichterloh. Hier brennt es lichterloh. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal einen Wechsel tätigen, damit wir irgendwie hier so ein Bruch ins Spiel kommen. Also es ist gerade nur eine Frage der Zeit, bis wir den Gegentreffer bekommen. Und Kevin Trapp schwebt hier wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. Also die ein oder andere überragende Parade. Dann steht er hier und da völlig im Nichts. Dann hat er natürlich vor dem 1 zu 1 den Ball nicht festgehalten. Kommt dann aber überragend raus und antizipiert das Spiel. Also wir wissen selber nicht ganz, was wir davon halten. Ja, wir wechseln jetzt mal unsere ganze Schaltzentrale. Kor, Saraccio und Kamala verlassen alle drei die Partie. Dafür kommen Rodesau und Zimmermann. Bisschen Größe für die Kopfweller, die jetzt hier rein segeln werden. Und vielleicht können wir hier den Konter schon setzen. Ein Dicker macht jetzt mal so ein bisschen einen Ausflug. Verzögert sein Tempo, damit Keuter hier durchlaufen kann. Also wir sind jetzt hier im 3 gegen 3 ungefähr. 3 gegen 1, wenn wir schnell spielen. Keuter macht es alleine und macht es überragend flach ins rechte Eck. Das müsste die Entscheidung sein. Ihr seht es hier, die Gladbacher fallen reihenweise zu Boden. Da muss man auch mal zur Kamera rennen. Also wir haben jetzt so viele sieglose Partien gehabt. Es ist einfach schön, dieses Lächeln im Gesicht wieder zu sehen. Im Hintergrund die Fans. Oh, ich freue mich gerade. Ich freue mich auch ehrlich. Also wir haben hier, glaube ich, ein bisschen das Schiff einmal gedreht. Wir haben hier den U-Turn geschafft. Skis, skis. Keuter macht es hier. Vollspann einfach drauf. Jansommer fast dran. Fast. Aber nur. Richtig. Hier die letzten Sekunden verstreichen. Der Schiedsrichter pfeift ab. Wir haben endlich mal wieder am Controller einen Sieg geholt. Wir wussten auch nicht, wie lange es noch dauern wird, dass wir so unfassbar schlecht spielen. Und das war gegen den Tabellenzweiten. Also es war jetzt hier auf jeden Fall keine einfache Partie. Und wir haben uns euch ja vor ein paar Spielen gesagt, wir haben unser Auge auf Luka Jovic geworfen für die nächste Saison. 37,5 Millionen sind natürlich ein stolzer Preis für den Serben. Ja und damit wir hier nicht an Bluthochdruck sterben, weil unser Puls geht hier wirklich in jegliche Höhen. Ich sage es so, wie es ist. Gehen wir jetzt gegen Mainz auf jeden Fall in die Schnellsimulation mit unserer Top 11. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Mainzer ein bisschen in Karnevalvereinen dieses Jahr. Deswegen hoffen wir, dass wir mit den Frankfurtern unseren Sieg einfahren können. Und das können wir auch. Hinterägger und Kostic treffen. Hinterägger in der Simulation auch wirklich torgefährlich. Ja, also ich denke, die machen die Ecken noch ein bisschen besser als wir. Ihr seht es hier, Sergio vergibt einen Elfmeter. Also der Elfmeter-Boss auch in der Simulation vorhanden. Ja, du hast glaube ich einfach auf Trappen ein bisschen abgefärbt. Du hast es einfach ein bisschen da gelassen. Einfach die Mentalität, die da stimmt. Und dann steht auch schon das Spiel gegen die Leipziger an. Leipzig aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Wir sehen es hier, wir sind vier Punkte hinter den Leipzigern. Vielleicht können wir da nochmal hinten an die Tür klopfen und schauen, ob wir noch den dritten Platz erreichen können. Hier sehen wir auch schon die Leipziger Mannschaft durchlaufen. Mit denen hatten wir schon einige packende Duelle dieses Jahr. Eins davon im Pokal. Und dann natürlich wurden wir von den Jungs mit den Flügeln 3-0 weggeschraubt in der Liga. Da hoffen wir natürlich, dass wir uns heute in ihrem eigenen Stadion rechnen können. Leipzig spielt heute mit Gulakschi im Tor. Dann Angelino, Klostermann, Tarkowski und Mokiele in der Viererkette. Leimann, Adams auf der Doppel-Sechs. Dieser Bitzer und Malus auf den offensiven Mittelfeldpositionen und Pausen und Patzen Dacca im Sturm. Dacca hat uns natürlich letztes Mal einen schönen Lupfer reingedrückt. Das versuchen wir heute zu verhindern. Mit folgender Aufstellung. Trab im Tor. Ein dicker Hinteregger, Gerd Ruida, die bekannte Dreierkette nach dem Ausfall von Touré. Dann das Fünfer-Mittelfeld, das unsere beste Aufstellung darstellt. Silva im Sturm neben Ragnar Ache, der heute nochmal eine Chance kriegt statt Keuter. Ja, Leipzig mit der ersten Chance und direkt dem ersten Tor. Da lassen sie uns aber ganz schön Dreck fressen. Ja, der Mann mit dem Stirnband hier und der Nummer 9 auf dem Rücken. Yusuf Foulsen, damals schon früh zu den Leipzigern gekommen. Also es war nicht gut verteidigt, aber ich weiß auch nicht, wie man es verteidigen will. Wenn er aus der Drehung so einen Schuss raushaut gegen Hinteregger, der noch in die Grätsche geht. Trab fliegt vergebens hinterher. Also das ist wirklich ein unfassbar guter Abschluss. Zwischen Handschuh und Pfosten passt da wirklich auch nur gerade so der Ball dazwischen. Die Nummer 9 hier mit seinem 9. Saisontor. Leipzig hier in der Anfangsphase komplett dominant. Hat hier wieder den Ball um unseren Strafraum rum. Pausen wird wieder angespielt, versucht den Ball durchzustecken. Kommt aber durch ein bisschen hin und her wieder an den Ball. Und wir kriegen uns jetzt endlich mal mit Maitland Nice befreit. Der jetzt natürlich Ache mitnehmen kann. Versucht hier den Ball anzubringen und zu hinterlaufen. Ache dauert viel zu lange. Maitland Nice kann aber nochmal Tempo aufnehmen. Kann ihn vielleicht in die Mitte bringen. Auch Saraccio und er haut das Ding in die Maschen. Ein gut ausgespielter Konter. Zwischendurch ein bisschen an Tempo verloren. Aber am Ende holt Maitland Nice hier das Maximum raus mit dem genialen Pass auf Saraccio in den Rücken von der Abwehr. Ja, insgesamt schöner Konter von uns. Sieht er schön im Rückraum. Auf Marco Reus angelehnt. Zimmert er das Ding mit dem linken Fuß hinein. Sehr schön. Jetzt hier ein Freistoß aus gefährlicher Position. Mal schauen, ob wir vielleicht nicht einen Spieler auf die Linie stellen oder sprinten lassen. Spieler läuft an. Sabitzer kracht ans Lattenkreuz. Wahnsinnig guter Freistoß. Glück für uns. Und so geht es mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit. Die Tore sind früh gefallen durch Pausen in der 4. Minute und Saraccio in der 13. Minute. Vor unserem Strafraum bringt er eine Flanke rein. Und Maitland Nice kriegt sie nicht kontrolliert. Kann er auch nicht direkt klären. Und leitet so perfekt weiter auf einen Leipziger Spieler. Ich glaube, Konrad Leimer. Konrad Leimer hier. Ziemlich handlungsschnell, wie man sieht. Handlungsschneller als Maitland Nice und Kevin Trapp auf jeden Fall. Ja, FIFA. Das brauchen wir jetzt nicht in 18 Perspektiven sehen. Ganz, ganz unglücklich auf jeden Fall. Kostet springt jetzt die Ecke auf Andres Silva. Der formt Tor und macht die Bude 2 zu 2. Das war mal ganz wichtig. Endlich mal wieder ein Eckballtor. Andres Silva kann es gar nicht fassen und springt hier noch zum Jubel durch das Netz durch. Aber hier überragend durchgesetzt. Am Fünfer gegen zwei Leipziger geht er hier hoch. Gewinnt das Kopfballduell über Golakschis Kopf durch. Hat ihm noch die Glatze rasiert. Oder den Ballspot zumindest. Manu Ginobili kennt sich damit aus. Ja, Kopfballtore ja inzwischen wieder so schwer wie in FIFA 20 nach dem Patch. Und schon sein 16. Saisontor, junger Andres Silva, heiß wie Frittenfett. Ich würde sagen, auf jeden Fall unser Starspieler dieses Jahr. Dicht gefolgt von Leuten wie Maitland Nice und Saraccio, die sich natürlich als Neuzugänge überragend ins Mannschaftsgefüge eingefügt haben. Aber Andres Silva hier wirklich mit unserer Lebensversicherung in den Spielen. Egal, ob man simuliert oder selber spielt. Also der Mann ist wirklich eine Maschine. Wir können uns jetzt aus der Umklammerung nochmal befreien. Über Kostic, der auf Andres Silva passt. Der kriegt einen Hackenpass wieder zurück. Und dann über Kamala finden wir Ragnar Ache. Cool, calm, collected. 3 zu 2, Ragnar Ache unten rein. Da freut er sich zurecht. Hat lange kein Tor mehr geschlossen, oder? Ich glaube schon, ja. Unser Mann für die letzten Minuten eigentlich trifft jetzt auch hier mal mitten in der zweiten Halbzeit. Und ein sehr wichtiges Tor zum 3 zu 1, zum 3 zu 2, sorry. Meiner, ja, der macht Kudashi gar nichts. Ich muss auch sagen, also eins unserer am besten rausgespielten Tore, finde ich. Also über viele Stationen, One-Touch-Football gespielt. Souverän abgeschlossen. So kann es weitergehen. Wir sind ja bekanntlich Unterstützer der Jugendarbeit und bringen Zimmermann und Weiß unsere beiden Jugendspieler, die wir hochgezogen haben. Und schauen, wie die performen werden. Es ist auch wichtig, so jungen Spielern mal in wichtigen Spielen hier Einsatzzeiten zu geben und auch in wichtigen Phasen. Einfach, damit sie sich an den Druck gewöhnen. Vor allem, wenn wir nächstes Jahr dann Champions League spielen wollen, dann müssen sie natürlich fit sein. Mental und physisch. Ja, vor allem gegen so Legenden wie Benny Henrys. Zimmermann legt hier direkt Andres Silva das 4 zu 2 aus. Auf. Sorry. Und Andres Silva hier mit seinem 17. Saisontor, wie gesagt, ein absoluter Goalgetter dieses Jahr. Da ging es mal schnell, Saraccio mit dem Ballgewinn über Zimmermann. Und der leitet direkt mit seinem ersten Kontakt weiter auf, mit seinem zweiten Kontakt weiter auf Andres Silva. Ja, so langsam läuft es hier. Ja. Wir sind auf jeden Fall wieder von unserer Katastrophen-Episode befreit. Können hier gut aufspielen. Machen vorne wieder die Buden. Ragnar Ache kriegt jetzt nochmal den Ball und leitet ihn direkt weiter auf Andres Silva. Er kann jetzt natürlich seinen Hattrick schnüren, wenn er sich hier gegen Orban durchsetzt. Und genau das macht er auch. Und schließt mit links Eiskalt zum 5 zu 2 ab. Das war es jetzt endgültig für die Leipziger. Wir haben uns für die Hinrundenniederlage revanchiert. Und können hier mit drei Punkten im Gefängnis nach Hause fahren. Benedikt weiß auf jeden Fall heiß. Also der hat quasi das Tor selber gemacht. Ja, weil hier Noten der Spieler abgeblockt hat. Aber ich meine, das ist auch ein emotionales Erlebnis mal so für einen Spieler aus der eigenen Jugend vor den Auswärtsfans feiern zu dürfen beim 5 zu 2. Also können wir es ihm verzeihen. Er hat einfach nur Spaß gemacht. Und das waren die Fans von RB Leipzig. Ja, dann noch geiler. Ganz ehrlich. Und so ist das Spiel auch. Zu Ende 5 zu 2 gewinnen wir hier in Leipzig. Andres Silva holt sich noch den Matchball ab. Absolut verdient. Den kann er daheim in irgendein Glas Trophäe reinpacken und nie wieder angucken. Und das war es dann auch von uns für diese Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode mit den letzten vier Spielen der Liga. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte den Daumen nach oben und abonniert uns. Aktiviert die Glocke und empfiehlt uns weiter. Das würde uns mega freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Und Servus.